Guten Morgen, wir gehen heute mein Lieblingsberg und zwar gehen wir in Heimgarten hoch, gehen wir über den Übergang zum Herzogstrand und dann gehen wir wieder runter. Heute sind wir nicht alleine, heute haben wir die Hanni und die Heidi dabei. Natürlich fahren wir runter. Das werden so eine 6 stunden Tour und ja, jetzt war's sehen. Bis dann! Applaus 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 Das war's. 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 Das war's.